Das schmeckt jetzt alles in die Pfarrer, oder? Dann guckt man von der Pfarrer. Das ist morgens in der Apotheke, ich muss das 20 machen. Uff! Scheiße! Entschuldigung! Ja, hier! Das ist ein Gold Pegasus, ein Bayerler Schleich. Das ist ein Gold Pegasus. Das ist ein Gold Pegasus. Vielen Dank. Vielen Dank. Sportlich, aber deutlich. Zauberhaftes Werkmal. Magische goldene Federflügel. Das mag sie gern mit den Löwen Joko und Suri fangen spielen. Das mag sie nicht so gerne, wenn jemand an ihren Flügel zerrt. Lieblingsplatz der geheimnisvolle Orakelberg in Boyana. Das mag sie nicht so gerne. Das mag sie nicht so gerne. Das mag sie nicht so gerne.